Was sollte das denn bitte heute Morgen? Naja, bin ich Luft oder was? Also? Ich muss mich entschuldigen. Ich kann manchmal etwas aufbrausend sein. Schon okay. Wenn das klappen soll, dann müsstest du jetzt gehen. Nicht gut. Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Ist wirklich okay, Hans. Das wird nicht wieder passieren. Ciao. Ciao. Okay.